Bald steht das meiner Meinung nach beste Turnier dieses Jahres an, neben den Africa Cup of Nation natürlich. Die Frauenfußball-Europameisterschaft 2022 in England. Am 6. Juli geht es los und insgesamt 16 europäische Länder nehmen daran teil. Darunter sind Länder wie Deutschland, Spanien, Frankreich, Norwegen und Schweden, aber auch Länder wie Österreich, Nordirland, Island und Finnland. Eigentlich hatte ich anfangs vor, gar kein Video über die Frauen-EM zu machen. Da es sich aber so viele gewünscht haben und ich habe auch noch versprochen, dass ich mal was zum Frauenfußball mache, werde ich auch dieses Versprechen heute einlösen. Im heutigen Video geht es um die 7 besten Frauenfußball-Nationalmannschaften Europas laut der FIFA-Weltrangliste. Platz 7. Norwegen Die norwegische Frauenfußball-Nationalmannschaft gehört zu den erfolgreichsten Frauen-Nationalteams der Welt. Sie sind die erste Mannschaft, die Europameister, Weltmeister und Olympiasieger werden konnte. Sie erreichte bei 6 von 8 Fußball-Weltmeisterschaften mindestens das Viertelfinale und wurde 1995 erstmals Weltmeister. Im europäischen Vergleich konnte Norwegen ab 1987 bei jeder Fußball-Europameisterschaft bis auf 1997 und 2007 mindestens das Halbfinale erreichen. 1987 und 1993 wurde man Europameister sowie viermal Vize-Europameister. Bei Olympischen Spielen holten die Norwegerinnen 1996 Bronze und 2000 Gold. Aktuell muss sich der norwegische Frauenfußball noch finden. Man schied bei der letzten Europameisterschaft 2017 peinlich in der Vorrunde aus und ließ sich vor kurzem 0 zu 7 gegen Niederlande rösten. Weltweit stehen die norwegische Frauen auf Platz 11. Platz 6. England Die englische Fußball-Nationalmannschaft der Frauen ist die Mannschaft, die das britische Teilgebiet England auf internationalen Turnieren repräsentiert. Obwohl die meisten Fußball-Nationalmannschaften einen souveränen Staat darstellen, ist England als Mitglied der Heimatnation Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland gemäß den FIFA-Statuten berechtigt, eine eigene Fußball-Nationalmannschaft zu haben, die an allen großen Turnieren mit Ausnahme des Olympischen Fußballturniers teilnimmt. Das ist auch der Grund, warum die England alleine bei den Olympischen Spielen teilnimmt, sondern zusammen mit Nordirland, Schottland und Wales als Großbritannien und Nordirland. Die englische Frauenauswahl konnte sich insgesamt fünfmal für eine Fußball-Weltmeisterschaft qualifizieren, wurde 2015 dritter und 2019 vierter. Für die Frauenfußball-Europameisterschaft konnten sie sich insgesamt neunmal qualifizieren, man wurde einmal vierter, zweimal dritter und zweimal zweiter. Das Turnier gewinnen konnte England bisher noch nicht. In der FIFA-Weltangliste steht England weltweit auf Platz 8. Platz 5. Spanien Die spanische Frauenfußball-Nationalmannschaft wurde im Jahr 1971 ins Leben gerufen, wurde aber offiziell vom spanischen Verband nicht anerkannt. Die erste offizielle Frauennationalmannschaft der Spanierinnen gibt es erst seit Oktober 1980 und drei Jahre später absolvierte man auch sein erstes Länderspiel. Der spanische Frauenfußball war anfangs nicht das, was er heute ist. Man holte erst 1984 gegen die Schweiz ihr erstes Länderspiel-Sieg und die erste Teilnahme an einer Europameisterschaft sollte bis 1997 auf sich warten lassen. Spanien konnte sich auch bisher nur für drei Fußball-Weltmeisterschaften qualifizieren und ihre erste Teilnahme war erst 2015. Auch wenn das gerade nicht so positiv über den spanischen Frauenfußball rüberkommt, muss man auch sagen, dass dieser gerade mega Anfahrt aufnimmt. Sieht man alleine schon, wenn man sich den FC Barcelona anguckt oder die FIFA-Frauen-Weltrangliste. Dort stehen die Frauen weltweit auf Platz 7. Auch bei der Quali zur Europameisterschaft 2022 in England gingen die Spanierringe mega ab. Gruppenerster mit 22 Punkten, 0 Niederlagen und einem einzigen Gegentor. Das ist einfach nur erstaunlich. Platz 4. Deutschland Die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft ist die vielleicht beste in der Geschichte des europäischen Frauenfußballs. Man wurde zweimal Weltmeister, achtmal Europameister und gewann 2016 die Olympische Goldmedaille. Zwischen 1995 und 2013 wurden sechs Europameisterschaften in Folge gewonnen. Auch noch wurde Deutschland einmal 1995 Vize-Weltmeister und holte dreimal Olympia-Bronze. Auch wenn Deutschland eine der besten Frauenauswahlmannschaften aller Zeiten hat, stehen die Frauen dieses Jahr weltweit auf Platz 5. Platz 3. Die Niederlande Die Niederländische Frauenfußball-Nationalmannschaft repräsentiert die Niederlande im internationalen Frauenfußball. Die Nationalmannschaft ist den Amateurbereich dieses Niederländischen Fußballverbandes unterstellt. 2015 qualifizierte man sich erstmalig für eine Frauenfußball-Weltmeisterschaft und wurde 2019 Vize. 2009, also auch sehr spät, qualifizierte man sich erstmalig für eine Europameisterschaft und kam im selben Jahr ins Halbfinale. Highlight gab es 2017, als man im eigenen Land zum ersten Mal Europameister wurde. Für die Olympischen Spielen konnte man sich bisher nur 2021 qualifizieren und dort schenkte man im Viertelfinale gegen die USA. Platz 2. Frankreich Die französische Frauenfußball-Nationalmannschaft ist einer der historischsten im ganzen Frauenfußball. Ihr erstes offizielle Länderspiel bestritten die Franzosenen am 17. April 1971 gegen die Niederlande, gegen die man 4 zu 0 gewann. Dieses Spiel gegen die Niederlande war das laut der FIFA erstes anerkannte Frauenländerspiel der Welt. Frankreich qualifizierte sich insgesamt viermal für eine WM und insgesamt achtmal für eine EM. Das beste Ergebnis bei einer WM war der vierte Platz 2011 und das beste Ergebnis bei einer Europameisterschaft war der Einzug ins Viertelfinale dreimal 2009, 2013 und 2017. In der Frauenfußball-Weltrangliste der FIFA steht Frankreich auf Platz 3, weltweit. Kommen wir jetzt zu unserer Nummer 1. Aber bevor wir das tun, zeige ich euch die Länder, die es nur knapp nicht auf dieser Liste geschafft haben. Unterhalten wir Österreich, Schweiz, Belgien, Island, Dänemark und Italien. Platz 1. Schweden Die aktuell beste Frauenfußball-Nationalmannschaft Europas und mein persönlicher Favorit auf dieses Turnier sind die Schwedinnen. Die schwedische Frauenfußball-Nationalmannschaft gehört zu den erfolgreichsten Frauenfußball-Nationalmannschaften der Welt. Sie nahm als einzige europäische Mannschaft an allen Welt- und Europameisterschaften der Frauen teil. Allerdings konnten sie bisher dort nur einen Titel gewinnen. 1984 wurden sie erster Europameister in der Geschichte des Frauenfußballs und in weiteren EM-Turnieren wurden sie dreimal Zweiter. 2003 verloren sie im Finale der Frauenfußball-Weltmeisterschaft gegen die deutsche Mannschaft durch ein Golden Goal. Bei den Olympischen Sommerspielen waren die Schwedinnen auch immer dabei, wurden 2004 Vierter, holten 2016 und 2020 Silber. Sonst gab es noch so eine Art Skandinavien-Cup. Dort waren sie auch sehr erfolgreich, gewannen dieses Turnier insgesamt fünfmal und den Al-Gavre-Cup holten sie auch mehrmals in den Norden. Aktuell ist die schwedische Frauenmannschaft die beste in ganz Europa und laut der FIFA-Weltangeste die zweitbeste der Welt. Und ich bin mal gespannt, wie stark sie bei der diesjährigen Europameisterschaft absteigen werden. Ja Leute, was glaubt ihr, wer wird dieses Jahr Europameister? Mein Tipp ist Schweden, was ist euer? Schreibt eure Meinung gerne in den Kommentaren. Wenn ihr wissen wollt, was die Lieblingsvereine von Star Wars Charakteren wären oder wie ein Kroate drei gelbe Karten in einem WM Gruppenspiel gesehen hat, dann klickt hier in der Endcard. Dort könnt ihr auch meinen Kanal abonnieren und die Glocke drücken. Das war's mit dem Video, bis nächstes Mal und ciao.